Hey Leute, in diesem Video fährst du erstmal, wie wir eigentlich so einen Schnellentlüfter wechseln und somit natürlich auch das automatische Entlüftungsventil bei der Heizung tauschen kann, wenn dieses einfach undicht ist und ständig tropft. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. So ein Schnellentlüfter hat einfach die Funktion, vor allem beim Befüllen von der Leitung, dass die Luft automatisch aus diesem hier oben herauskommt und wenn das Wasser dann immer weiter ansteigt, dann erkennt das der Schnellentlüfter auch und schließt somit das Ventil hier oben wieder von ganz alleine. Wenn hier aber irgendwelche Verschmutzungen, wie zum Beispiel Verkalkung drin sind, kann es sein, dass diese nicht mehr richtig funktionieren und dann schaut es wahrscheinlich wie bei mir hier aus, dass überall die ganze Soße rausläuft und dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du am besten mal einen neuen einbauen solltest, da diese Teile auch nur maximal 10 Euro normalerweise kosten. In meinem Fall sollte ich auf jeden Fall zuerst einmal die Heizungsanlage ausschalten und dieser sitzt bei uns in der Ladeleitung zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher, weswegen wir uns natürlich auch unbedingt Gedanken machen sollten, welche Leitung wir noch zusätzlich abschweren müssen, dass wir beim Tausch hier nicht ewig viel Wasser aus der Anlage entleeren müssen. Unser Heizkessel im Hintergrund liegt zum Glück unterhalb von dem schnellen Lüfter, weswegen da das Wasser nicht rauslaufen sollte, aber wir haben hier drüben auch noch einen Vorlauf und einen Rücklauf, der nach oben geht. Zu unseren Heizkörpern würde ich jetzt hier die Absperrung nicht betätigen, dann würde natürlich hier vorne beim Wechsel das ganze Wasser von hier oben aus unseren Heizkörpern hier unten rausströmen. Deswegen unbedingt hier den Vorlauf und natürlich auch den Rücklauf schließen. Auch kann ich dir das Absperren der Leitung auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du hier ein Montageventil bzw. Rückschlagventil verbaut hast. Nicht, dass dieses irgendwie klemmt oder nicht funktioniert und beim Austausch von dem schnellen Lüfter dir dann heißes Wasser entgegenspritzt. Bei mir passt es soweit, weswegen wir jetzt auch mal unseren Manometer beim Kessel genauer anschauen können. Das sollte normalerweise der Druck bei etwa 2 bzw. 2,5 Bar liegen und da das Manometer in meinem Fall ungefähr auf derselben Höhe wie der schnellen Lüfter liegt, will ich einfach schauen, dass ich hier den Druck mal recht nah zu meinem 0 Bar bzw. auch soweit runter bekomme, bis sich der Zeige hier einfach nicht mehr bewegt. Hierfür gibt es normalerweise auch bei jeder Anlage so ein Füll bzw. Entleerungshahn. Da habe ich meinen Schlauch angeschlossen und bei mir waren es so circa zwei Eimer voll Wasser, die ich jetzt rausgelassen habe, bis das Manometer auch auf der gewünschten Position stand. Im nächsten Schritt habe ich auch schon mal die Isolierung hier vorne heruntergenommen und sicherheitshalber noch einen Eimer darunter gehängt, falls doch etwas Wasser noch runter tropfen sollte. Und dann kann ich mir auch schon mal meinen neuen Schnellen Lüfter etwas genauer anschauen. Dieser hat hier unten nämlich auch dieses Montageventil bzw. Rückschlagventil und dasselbe Spiel habe ich hier bei meinem alten Schnellen Lüfter genauso. Bedeutet, ich möchte jetzt nicht nur das hier oben wechseln, sondern kann gleich mit meiner Zange das hier unten drunter entfernen. Das geht aber wie gesagt nur, weil hier normalerweise unser System schon drucklos sein sollte und sicherheitshalber sollten wir es aber trotzdem ganz langsam immer gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und falls doch noch etwas mehr Wasser kommt, dann wieder kurz warten, bis der Wasserfluss auch wieder aufhört. Danach reinige ich relativ gerne immer das Gewinde mit einem alten Lappen, dass hier natürlich auch nicht irgendwelche alten Ablagerungen stören und somit unser neuer Schnellen Lüfter danach eventuell sogar wieder undicht werden könnte. Und wir können unseren Schnellen Lüfter bzw. Montageventil auch schon richtig vorbereiten. Ich hamfe immer relativ gerne ein, weswegen ich jetzt auch mal erst mit einem Sägeblatt mein Gewinde hier unten etwas aufraue. Passt hier natürlich enorm auf, dass ich meine Gummidichtung hier vorne nicht irgendwie verletze und dann kann ich das Ganze auch schon mit der richtigen Menge einhanfen. Den ersten Gewindegang lasse ich hier immer relativ gerne frei, dass danach das Gewinde auch leichter anpackt und danach kann ich dann auch schon das zweite Endstück ganz einfach mitnehmen. Ausfällig habe ich übrigens auch schon ein Video auf meinem Kanal zum Einhanfen von solchen Gewinden. Im nächsten Schritt den Hanf mit einer Drahtbürste noch etwas mehr in die Gewindegänge im Uhrzeigersinn reinbürsten und zum Schluss noch etwas spezielle Gewindedichtpaste auftragen. Das neue Ventil kann ich dann auch schon mal im Uhrzeigersinn per Hand eindrehen und danach wieder mit einer Armaturenzange bzw. einem passenden Gabelschlüssel nachziehen. Als nächstes noch darauf achten, dass der Schnellentlifter natürlich auch auf dem Montageventil ordentlich fest sitzt. Den kann man da auch nochmal per Hand etwas im Uhrzeigersinn fest sehen und wir sollten auch darauf achten, dass hier oben dieser schwarze Deckel bzw. die Kappe nur locker drauf sitzt, dass da natürlich auch Luft später entweichen kann. Alles ist vorbereitet, deswegen jetzt auch mal das gerade eben herausgelassene Wasser natürlich wieder in mein Heizungssystem auffüllen muss. Und währenddessen kontrolliere ich natürlich meinen Druck, dass dieser auch wieder auf meine 2 bzw. 2,5 Bar hier hoch geht. Und schaue aber auch nicht, dass bei meinem Schnellentlifter hier irgendwo etwas undicht sein sollte. Sobald der gewünschte Druck erreicht ist, kann ich natürlich meine beiden Kugelhähne wieder schließen. Überprüfe nochmal meine Verbindungen, ob da wirklich alles dicht ist. Das schaut super aus und auch der Schnellentlifter ist jetzt schon sehr warm geworden, weswegen hier auch relativ sicher heißes Wasser ansteht. Öffne meine beiden Absperrungen einmal wieder und schalte meine Heizung mit gutem Gewissen mal wieder ein. Und somit haben wir auch schon einen Schnellentlifter richtig gewechselt. Wenn du dafür zu Hause jetzt übrigens auch einen neuen Schnellentlifter, ein Set zum Einhamfen oder natürlich auch so eine Armaturenzange hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.